Warum sollte eine Praxis am Praxisplus Award teilnehmen? Die Praxis selber sollte sich dringend hinterfragen, regelmäßig, ob sie denn alles richtig machen und ob sie sozusagen mit dem Praxiskonzept noch wirklich auf Spur sind. Das Siegel dient der Praxis dazu, sich nach außen sichtbar zu machen, die Leistungsfähigkeit zu dokumentieren, sich gegen Wettbewerber auch ganz klar zu positionieren. Es dient andererseits dazu, neue Zielgruppen und Patientengruppen anzusprechen und natürlich auch neue motivierte Mitarbeiter zu finden, denn wer ausgezeichnet ist, ist auch als Arbeitgeber wesentlich attraktiver als jemand, der es nicht ist.